Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer mittlerweile dritten Folge der Let's Play von City Skylines. In der letzten Folge haben wir die Stadt gut ausgebaut, würde ich sagen. Zweites Kraftwerk, Kohlekraftwerk, Mülldeponie, Industriegebiet ein bisschen erweitert, Wohngebiet erweitert, Gewerbegebiet erweitert, Busnetz haben wir erstellt. Die Busse, die fahren schon fleißig. Das ist die grüne Linie da. Ja, dann darf ich hier auch noch halten. Jetzt setzen wir hier noch einen Stop rein. Freuen sich alle Bürger. Hier noch und hier noch. Hier und da noch. Sehr gut. So, mit der Gebäude abreißen. Manche Läden gehen immer noch pleite. Oh, man sieht hier Verkehrsaufkommen. Okay, Postport, da fahren wir schon gebaut, brauchen wir sieben. Wohngebiet und Industriegebiet, das ist momentan sehr gefragt. Ähm, wie machen wir das? Jetzt muss Industriegebiet ein bisschen erweitern. Wenn das jetzt macht, dann stirbt man die ganze Stadt aus. Ich denke, ich habe die Stromleitung unterbrochen. Ahmad, wenn wir mal etwas Done covid suchen, wir fl protected filters. Yeah. Für mich град oder? Das hat presque own. Fragen Sie das bevorstei. Ihm, all denken wir. jetige. Das ist allesừngige Bewegung. Sie wollen noch etwas weiter gehen. ich hoffe das geht ja, das geht sehr gut so, hier mal eine Straße entlang die geht bis bis da hier hier nochmal Industrie hier auch noch Industrie haben wir hier Wasser überhaupt war gerade noch war noch ein bisschen weiter hier bräuchte ich mir fast eine Querstraße Entschuldigung, Asche ja, das ist ja gut eher so und so hier haben wir ein großes Industriegebiet Einbahnstraße machen wir da und zwar genau so das passt dann Buslinie was hier passiert ok, die geht da her dann geht sie da her da her da her die Einbahnstraße geht in eine andere Richtung ja ok, ähm woanders da so so das müssen wir erst mal erreichen hier sieht schon hier siedeln sich wieder neue Firmen an ok, dann könnten wir theoretisch hier steht Kappen so hier nochmal Industriegebiet so irgendwann noch mehr Wohngebiete hier mal einen schönen Schäfer heute So geht es nicht. Das macht gar nicht so. Hier braucht man eine Endbahnstraße. So. So. So, genau. Eine Straße hier, der Verkehr, nicht? So. Eine Schrägerstraße zur Abwechslung, mit der Karte. Hier ein kleines Wohngebiet. Hier im Scheiß sind so Mini-Häuser stehende Ornwald. Sehr gut. 8000 Einwohner brauchen wir, dass wir ein dicht besiedeltes Wohngebiet bekommen. Ja, das können wir auch schon noch hin, irgendwann. Ah, okay, das wollte ich jetzt nicht machen. Ich konnte hier eine Karte machen, so ungefähr. Haben die überhaupt Wasser? Ja, die haben Wasser. Die haben genügend Wasser. Okay, klappt hier die Stromleiter. Das passt. Hier ein Wohngebiet, da ein Wohngebiet. Sehr schön. So, wie schaut's aus mit der Müllversorgung? Die funktioniert. Friedhöfe, das passt auch. Gesund sind auch fast alle. Feuerwehr. Warum brennst du unten schon wieder? Ich habe mittlerweile gedäumt Feuerwehren. Wo sind die Feuerwehren? Feuerwehren. Wenn man aus die Feuerwehrfahrzeuge kennt, man weg. Von den normalen Fahrzeugen, das sind so lila. Ah, da ist eins. Die Polizei waren wir, glaube ich, nicht, oder? Nö. Die Polizeifahrzeuge müssten auch andere Fahrzeuge haben. Genau, da sind es ein Beispiel zwei. Eins, zwei. Okay, die Polizei brauchen wir auch nicht unbedingt. Bildung. Grundschulen, die Kapazität, ja, die passt. Oberschule, ui, ui, ui. Da bauen wir noch eine Oberschule. Konsequenzt 24.000 Trillets. Ah, das ist ja ganz schön teuer. Das Busnetz. Ja, funktioniert, würde ich sagen. Bloß hier die Straßen sind. Die werden gerade ausgelassen. So und so. Dann fährt der Bus. Hier rein und dorthin. Dann fährt er Dorthin und Dorthin. Genau, so ist eigentlich jede Strauß eingebunden. Und so noch. Das jetzt wird teuer. Das ist hier Haltestelle, hier ist Haltestelle. Den setzen wir teuer. So ein bisschen versetzt das Ganze, dass auch möglichst viele Bürger erreicht werden. Dann fährt ernein. So. Dann fährt er die Rad tal. Dann fährt er einmal so mitten rein. So. Dann noch eine Haltestelle. Ich kann schon Kreisverkehre bauen, weil das ein kleinerer, aber ich stehe nicht so auf Kreisverkehre, weil die brauchen nur viel Platz und bringen gar nichts. Einbahnstraße, in diese Richtung, in diese Richtung. Hier auch nochmal einbahnstraße, kommen hier so ein Einkaufsmäerle hin. So, jetzt alles schön vernetzt, mein Wohngebiet, oh ne, das ist mal weg, machen wir hier und dort das Gewerbegebiet. Hier ist wieder eine Art Hauptstraße, logischerweise auch eine Busverbindung. Da hin, da hin, da hin, da hin, da hin, da hin und da hin, sehr schön. Da oben brennt schon wieder. Hey, warum müssen die Leute immer zündeln? Die ganze Zeit überall brennt es. Die können schon Pflasterwege bauen, cool. Aber hier im Pflasterweg. Irgendwie müssen sie ja auch mal über die Straße kommen. So ungefähr. Jawohl. Hier gleich nochmal. Na, okay, das geht erst rechts mehr. Hier. So. Und so. Okay, das Wohngebiet. Freuen sich alle. Okay, das Wohngebiet, wir werden jetzt nicht näher ans Industriegebiet sind, weil wer hat schon gern eine Abgasfahne von irgendeinem Kraftwerk vor der Nase? Okay, jetzt brauchen wir wieder mehr Industriegebiete. Und die Einnahmen steigen und steigen. 3200 Cradles. Alles läuft gut. So, das Industriegebiet. Wasser passt auch noch. Noch brauchen wir keine zweite Pumpe. Das Industriegebiet erweitern wir mal in diese Richtung. Dann müssen wir langsam überlegen, wo die Bahnverbindung hineinkommt. Hier sind die Gleise. Dann wäre ich eine Eisenbahn. Ich schätze mal hier entlang ziehen. Da einen Güterbahnhof machen und hier einen Personenbahnhof. Dann muss ich diese Straße machen. Dann muss ich diese TCU upgraden. Hier hat man hier viel lieber. Vielleicht schon. Da zerstere ich jede Menge Gebäude. Aber so sind halt die ganzen Straßen alle eingebunden. So als hat das so ihre Stromleitung gekapft. Das ist schlecht. So einfach. Hier wäre dann der Güterbahnhof. Fürs Wasser. Ui. Da haben wir kein Wasser. Da brauchen wir schnell eine zweite Wasserpumpe. Jetzt schließen wir an. So jetzt hast du wieder alle Wasser. Hoffentlich zumindest. Jawohl. Hier wollten wir weiter. Ein paar Mal. Hier noch ein bisschen Industriegebiet. So. Da schon die Landesgrenze. Hier Industriegebiet. Wie gesagt. Jawohl. Wir müssten gleich auch ein paar Gebäude herausspringen aus dem Boden. Jawohl. Das passiert schon. Das start. So. Dann wird das wieder abressen. Sehr schön. So. Dann wird das wieder abressen. Sehr schön. Kriminalitätsrate. Ja. Ziemlich gering. Feuerwehr. Feuergefahr. 36%. Warum ist die so hoch? Also. Weil es oben wieder zündeln müssen. 12.000 Credits. Hey. Hey. Ich werde da oben mal das ganze ein bisschen erweitern. Ich komme dann weiter oben in die nächste Feuerwoche. So. Hier haben wir oben geblieben sind. Also. Der oben hinbau. Es müsste passen von der Distanz her. Dass sich die Gebiete, äh. Wie sagt man die Zuständigkeitsgebiete der Feuerwehren, so ein bisschen überschneiden. So. Jetzt brauchen wir 12.000 Credits. Die haben wir gleich zusammen. Scheiße, erstmal Gesundheit, Friedhöfe, da haben wir nicht so viele, da haben wir keine mehr, da wäre schon ausgehende Verbindung, wenn ihr denkt, ja wieso, ich könnte die hier doch rausfahren, verstehe jetzt nicht ganz, ok, sagen wir, 12.000 Credits, Feuerwehr, Wasser haben die auch alle, das werden ich sagen keinen Strom, genau das habe ich befürchtet, aber jetzt haben sie eine Verbindung, das müsste reichen, Strom haben wir noch, verfügbarer Strom, uiuiuiui, gibt's noch nichts, Bügelkraftwerk, weh, 19.000 Credits, da muss ich vielleicht auch den nächsten Kredit aufnehmen, nehmen wir einen kleinen Kredit, den brauchen wir unbedingt, jetzt müssen Strombalken wieder rauf gehen, jawohl, Stromverbrauch 79 Megawatt, 80 Megawatt, Stromerzeugung 120 Megawatt. Stromerzeugung 120 Megawatt, die Busse fahren, jawohl, wenn wir gleich noch, ähm, so, so, jawohl, das schaut gut aus, die Busse fahren, sind ja besetzt, Passagiere 21 von 30, passt, von Chas Patias 25 von 30, also man sieht, die Bepflegeverkehrsmitteln werden genutzt, komplett stimmlernen, erfolgt sich. Arbeiten bei Cartonfabrik, so, was ist die Cartonfabrik, das ist die da, das derling Willi ist, heißt er Ah, da ist ein Kartonverbrück, oder? Tatsächlich Er schaut eher aus wie ein Containerlager Ok, wir brauchen wieder mehr Industriegebiete, werden angezeigt Wie lange dauern, bis ich diese Straße bauen kann? 5.500 Einwohner brauchen wir Ok 4.137 haben wir schon Wir müssen noch ein bisschen erweitern Die Industrie pumpt gerade So einmal und hier nochmal die Querstraße Mal kurz Pause So, also die Stromleitung natürlich weg Das Abwasserrohr hat keinen Strom Aber dafür bauen wir hier schnell 3 Gebiete auf Und jetzt wird sich das gleich wieder verbinden Das ganze Die Buslinien können wir auch wieder erweitern Mal hier hin So hin Ja, das passt schon Oh, wir wachsen gleich wieder viermal aus dem Boden Ich will eine Kartonverbrück Wie angegossen gegeben Ich will ein paar Mal hier Sehr kreativer Name So im Sozialseite In der Industrie, äh Gewerbegebiete Ui Uiuiui Abwasser, Abwasser, Abwasser Schnell, 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 schnell Die armen Bürger Abwasserklärung Aber haben die keinen Strom? Achso Ähm Seid ihr umsonst gebaut oder wie? Ampeln Manche Bund habe ich sie schon Können wir ausschalten Dann kostet uns nichts So, jetzt hast du aber Strom Strom Jetzt Das ganze Abwasser aus der Stadt rausgespült werden Auch nichts Gut, dann schalten wir das zweite an Opferschuhe Das zweite Opferschuhe Jawohl Da kommen schon die Brüder raus Jawohl, sind uns alle glücklich Einmal Eisenbahn Kann ich leider noch nicht bauen So, jetzt haben wir wieder mehr Gewerbegebiete So, jetzt haben wir wieder mehr Gewerbegebiete Ich glaube Wäre kein Problem So Hier einfach mal so zwischendrin nochmal Zack, zack, zack Okay Okay, wir nehmen das schief anbinden Straße Das machen wir nicht Einbahnstraße in diese Richtung Und das mal in Einbahnstraße in die andere Richtung Genau Genau, dass man hier so im Kreis fahren könnte Einmal Gewerbegebiet Sehr schön Die Industrie haben wir genügend Wir haben hier oben weiter mit Wohngebieten So Ja, aber das ist wirklich langweilig So Jetzt steht da hinten weg Das ist ganz so ein bissl Unregelmäßiger Aber ich könnte mal eine Straße So So Zum Spaß Also Ein bisschen schief So Swapen So Und so Schaut auch Auch mal cool aus Hier waren nur Wohngebiete Das sind halt dann so So Schrebergärten So kleine Häuser Die auch wenig Platz brauchen Sehr schön Haben die Wasser? Die haben Wasser Haben die eine Busverbindung? Haben sie nicht Wie machen wir das? Wie machen wir das? Mal eine neue Buslinie würde ich sagen Ich startet hier Geht nach da Fährt nach da Fährt nach da Da hin Da hin Fährt einmal hier hin Geht hier runter Geht da hin Das ist ein bisschen unkleid Also ein bisschen unkleid Aber nicht ganz Ich gebe wieder da hin Da hin Da hin Da hin Da hin Da hin Hier haben wir ein bisschen längere Strecken, so die fährt auch zu dieser Haltestelle, dann kann man hier umsteigen und dahin, so, jetzt kommt hier gleich ein neuer Bus raus, genau, blauer, blauer will ich mich, das haben wir, ich brauche hier rein, so, dunkelblau, und näher in die Busse raus, die Einnahmen steigen von 3000 Leuten, da gehört er jetzt 4000, das läuft, so, der Bus zu fährder ist zur nächsten Möglichkeit, wo er auf die Linie kommt, auf die Buslinie, was ich ihm gegeben habe, und das wäre in diesem Fall, ja, ein Busfahrt dahin, einer Fahrt dahin, und dafür teilen sie einfach nur auf, Okay, jetzt haben wir den Scheiß aus mit der Stadt, Schule, was haben wir hier, das ist die, hier eine kleine Schule, die Grundschule, für die Barbinos, da fallen sich wieder alle, Wir haben schon drei Grundschulen, aber Oberschule brauchen wir auch noch eine, ist schon wieder ausgelastet, das ganze System, 24.000 Schildern, ey, 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 Ein Kind, zwei Erwachsene Erwerten Bau würde ich auch nicht drauf sein Die Pusse fahren hier schon in die Routen, was ich ihm gegeben habe Sehr schön Das gefällt mir auch Ah, jetzt kann ich den Verkehr auf die kleinen Straßen Ich muss sagen, jetzt lassen wir das Ganze ein bisschen wachsen Oh, ich fahre schon wieder Wasser, warum? Achso, dass ich kein Wasser habe Entschuldigung Da haben jetzt alle Wasser Die brauchen Mitarbeiter, okay, da kann ich nichts machen Da brennt schon wieder Feuerwehr Geht aus der Feuerwehr Ein Feuerwehrfahrzeug, das zweite Er fährt sich hin Da, Prinz Hallo So Also Vor allem den langen Weg Klar Die Leute verhecken in ihrer Bude und ich fahr jetzt aus So Ich kann mal einen Screenshot machen So Ja, jetzt sind wir alle glücklich Juhu Kaufen Sie ein neues Land? Jedes Mal nicht Ich mache jetzt eine kurze Pause Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play Wenn es wieder heißt Let's Play City Skylines Bis nächstes Mal Macht's gut Ciao 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 Ciao